Herzlich willkommen hier heute, Jürgen Mülzki. Hallo, grüß dich. Ja, genau so wird es gemacht. Hast du sehr gut gemacht, muss ich sagen. Und wir haben ja im Vorfeld schon darüber geredet, ihr habt morgen ein ganz wichtiges Spiel. Ja, Lieskastel, wer weiß das nicht, auch wir in Köln verfolgen das natürlich. Viertletzter, die Saison ist bis jetzt nicht so gut gelaufen, aber wir haben morgen, ich sage wir, weil ich mich mit diesem Klub ja auch mittlerweile total desinfiziere. Ja, ich bin quasi infiziert mit diesem Klub und wir spielen morgen gegen den Drittletzten. Ja, wer kann da nur gewinnen? Es gibt nur eine Mannschaft und das ist Lieskastel, weil diese Mannschaft ist komplett heute hier auf dieser Mallorca-Party. Alle sind stockbesoffen und da kann man eigentlich nur gewinnen. Ich habe selber mal aktiv Fußball gespielt und bei mir war es auch so. Also, wenn wir Samstagsabends weggegangen sind und waren alle hacke dicht, ja, dann haben wir sonntags immer super gespielt und haben gewonnen. Deswegen Lieskastel, ich drücke euch die Daumen, besser wie der FC, seid ihr sowieso im Moment, ja, und ihr werdet nicht absteigen. Ich drücke die Daumen, viel Glück für morgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.